Bellen noch mehr rum. Ja, aber die Rasten ganz schön ausziehen will es halt noch. Ah. Besonders wenn immer welche kommen. Warum sind da eigentlich so viele gemischte Blöcke drunter? Ich frag es nicht. Oh, Zentos, Alter. Deine Stimme, ne? Die ist so elf und gleich nicht. Ich weiß. Extra für dich. Extra für mich. Ich spinne, spinne. Du spinnst ja. Das stimmt. Fressi, fressi, kuhri, kuhri. Fressi, fressi, kuhri, kuhri. Hm. Hm. So. Energy Poison Generator, da haben wir noch einen großen. Da ist noch ein 64er. Wir haben noch bestimmt ganz viele Potions. Was für Potions? Alter. Da, 21 mal Swiftness. Da haben wir ganz schön viele. Ah, hier, Damage. Äh, Wizard, Wizard Dinge. Oh mein Gott. Äh. Aber, dass wir so viele Aluminium Dinger haben, ne? Ich stell mal grad so ein bisschen Aluminium weit her. Und ein paar Herzen herzustellen. Weil, von den harten Glas haben wir genug. Das ist aber mit dem Pink. Jetzt einfach herzustellen. Und davon haben wir aber auch noch genug. Das ist ja nix. Erstmal brauchen wir das Aluminium. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Aluminium. Erstmal. So, das warst du auch mit. Jetzt kommen wir grad bestimmt durchgejagt. Mit Gold, können wir uns Gold Äpfel machen. Wollen wir nur agene Bäume, die Gold oder Äpfel spucken. Obwohl, wir können immer noch herstellen Äpfel. Ach, ja. Ja. Beim letzten Mal hattest du da auch kurz gemacht, oder nicht? Bevor das ein Server war und dann alles weg war. Keine Ahnung, guck nach. Nee, beim letzten Mal. Bevor wir dann geabredet haben und dann einiges weg war. Ja, ich gucke nach. Bin ich allwissend, weiß ich nicht mehr. Na, dann guck doch nach. Na, warum sollte ich nachgucken? Ich hab nur gesagt, ich bin der Meinung nicht. Ich guck doch nicht extra deswegen nach. Ja, dann... Dann ist er nicht mein Problem. Komm, Hühnchen! Hühnchen! Hühnchen, komm! Danke! Wie denn ein? Na, Siggy! Ja, wir brauchen Magie. 20 Stück, also fünf Stück noch. Hier ist so. Und 20 mal Leder. Und dann müssen wir Kuchen erstellen. 10 Stück. Also müssen wir erst die Quest machen und dann das. Deswegen fütte ich ja auch die Kühe. Ach komm, ich hab mal ein EBO. Oh, wie heißt das? EBO? Ah, RT. Oh mein Gott. Ach ne, wir haben ja auch Bäume. Mal gucken, vielleicht sind die ja wieder Vögel bereit, die Kühe. Nee, eher RYT. RYT. Ach du Scheiße. Ich muss das ja schwimmen. Aspirin und Testosteron. Testosteron. Steht auf diesem Zettel drauf, ist sehr wichtig. Okay. Dreimal. Däm, 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 däm. Perala. Was? Was? Pirin. Geh mal kurz drunter im Wilder klatschen. Ja, warte. Um die eine Quest zu erledigen, wieder. Das ist so, und ich was. Oh, laut. Auch nicht. Hi, Wilder. Aua. Hast du grad die Meldung angekriegt? Nö. Ich hab Angst, dass ich schon wieder in so eine Kiste reinguck, einfach nur sterbe dadurch. Okay. Oh, da ist er tot. Testosteron. Ach du Scheiße, aber nicht mehr so viel von. Nein, je, je. Hey. Der Village hat so... Tommy war auch tot. Der Wizard tat mir gar nicht leid. Jetzt ist es wieder eine Quest zu erledigen. Back to win. Hm, sind wir grad eben zum Reaktor. Irgendwie. Okay. Quest in no descents. Also in zwei Stunden kann man wieder nutzen. Okay. Okay, da muss ich jetzt 15 mal Testosteron und 15 mal Ding herstellen, ist klar. Machst du? Ja. Quest. 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 Okay. Quest. So, hier oben. Okay. Ähm. Cookie. Das ist Testosteron. C90. Davon... Ach, 28. Wir brauchen nochmal drei Stück, dann können wir wieder ein Sextable machen. Dann haben wir davon drei Stück. Aspirin. Und schon haben wir mit dem Helden-Ether-Cubes wieder. Oh Mann ey. 10, 9. 8. 4. 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Und erst mal raus. Ach ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. C, H, O B, B, D C, H, O, O Hier haben wir noch Hs Ich brauche noch mal Cs Oh, ich hab bald kein C mehr Was ist das für ein Scheiß? Ja Was ist das für ein Scheiß? Okay, das haben wir schon Mal Und 19 Oh, das ist nervig Mit Alchimina, die es reinklicken Ja Okay So Da muss ich mal ja aushusten, ey Geht ja mehr auf den Gags So ungefähr Hab ich das gerade gemacht Glaub ich dir sogar Glaub ich dir sogar Okay, zwei Metastoron Hab ich was fehlt? C fehlt C und ein H Ja Krieg ich das nochmal? Weil damit kann man auch brennen, okay Klapp Ach, bin ich dumm Was hast du denn jetzt bekommen, ne? Ne, weiß ich nicht Keine Ahnung Doch doch, ich hab dir gerade hinzugeworfen Okay Guck ich gleich nach Ich muss Wasser Wasser zählen Ja 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 Hm Kohle Kohle haben wir genug Sicher? Eigentlich ja Kohle Na tausend steckt da Nimm mal 5,6 raus, okay? Mach das Schatz, egal Kriegen wir eh zusammen Kriegen wir eh zusammen wieder alles Naja Ich will ein bisschen Und alles Ich will eigentlich in Mie quatsch machen Naja Kannst ja machen Na außerdem, wir haben so die Kohle Dann haben wir Noch Kohloor Senskohloor Also So Irgendwas fehlt Das, das, das Das Ach, kann Platz mehr da drin Oh Haar bräuch ich nochmal Wascher, hab ich nochmal Wascher irgendwo? Wascher? Ja, leider nicht Kaktusbeans Genau Genau Ähm, ja So Zwei Zwei Questbuch Und eine Kiste ist fertig Oh, da gibst du sogar einen roten Harz Container Okay E B Firi Ja, keine Ahnung, kann man irgendwas mit mal ein gelber Herzen, aber was mit gelbem Herzen kann es auch nicht mehr machen, ne? Nö Ziemlich kacke Wir brauchen halt diese Metaballs, dass wir grüne machen können auf dem gelben Herzen Weil gelbe Herzen haben wir auch richtig viele E-Pi Ja C 9 1...13... Nitrat... 1... Kohlen... 1... O3... Das ist ja gar nichts... Mach's gut, na gut Wundersichter drin hängt Kann ich den Herzcontainer kaputt machen? Ich glaub, geht nicht Na, schade Ach, da muss ich den irgendwo hinschmeißen, wo ich ihn die brauche Hm... Ich hab mal... Die Kohle in den Pulverweiser gesteckt Also die Kohlblöcke Und das... Als nächstes kommt das Stenskohlohr Muss man dann halt nur wieder neu reinmachen So können wir wieder gucken Na, wenn ich wieder durch Alchemie sterbe, ne? Durch mir ein Herz Sag ich jetzt schon Weil das kann definitiv wieder passieren, dass ich durch Alchemie sterbe Weil... Ähm... Du sollst nicht alles in den normalen Kisten reinpfeffern Dafür gibt's extra die... Die radioaktiven Kisten Aber da passt nur... Da passt nur eine Reihe rein Da zählt wie viel... Wie viele Kisten soll ich denn bauen, damit ich alles verstauen kann immer? Ja... Das ist doch... Ähm... Ich hole mal jetzt alles raus, was hier oben drin ist Weil man kann... Ja... Weil man kann ihn nämlich ändern Nein, da kannst du irgendwie... Das ist normal Die Kisten in der Konflik kannst du ändern Ja... Ach man ey, ich hasse das... Ich hasse Alchemie, ne? Hehehe... Nein, ich will keine 64 Hallo? Ja... Ja... Ich... Ich... Ich dachte links klick wär immer nur einer Endermänner sind wieder da Ja... Zumindest nur einer Ich hab jetzt nur ein Herz Sie ist shit... Ich hab nur noch ein Herz, sie ist in der Aufnahme Ja... Glaubst du doch Ich dachte links klick wär einer...